Jawoll, hallo und herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Wir starten gleich mal hier alles und geben mal Gas bzw. lösen mal die Handbremse. So, wow, mal gut, das ist gerade nicht so laut auf dem Ohr. Bin ich echt begeistert und echt froh drum. Alter, Sekunde, so Kopfhörer mal eben ein bisschen anders ins Ohr gelegt, dass da nicht so hundertprozentig da reindröhnt, weil ich das gerade nicht leiser machen kann, aber damit kommen wir klar. Naja, wir sind ja noch auf unserer Strecke und haben noch ungefähr 2108 Kilometer vor uns. Ei, 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 ei. Naja, und das ist jetzt auch eine ganz kurze Aufnahme nur, eigentlich nur für die kommende Folge, dadurch, dass ich relativ spät dran bin bzw. eine kleine Nachtschicht gerade mal mache, mal was ganz Neues. Und ich aber möchte, dass diese Folge auf jeden Fall pünktlich kommt, deswegen nehme ich die eben kurz auf. Den Rest habe ich schon soweit fertig, nur die ETS fehlte noch. Da habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Dann machst du die halt mal ein bisschen später. So, und deswegen bin ich jetzt hier und nehme die nochmal schnell auf und dann läuft das so sehr schön. Hupser, ich glaube, ich bin jetzt gegen das Mikrohr gekommen, aber das macht nichts. Das macht gar nichts, das ist ja alles vollkommen okay jetzt. Aber ich will ja nicht, ich will ja mal nicht so rummeckern, ne. Aber in letzter Zeit, ich weiß ja nicht, was da kaputt ist. Ich habe auch nichts gehört im Moment, aber ich weiß es nicht. Aber auf YouTube ist irgendwie der Wurm drin. Selbst jetzt die ganzen Kommentare und so, ich hatte das ja, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt. Oder so, aber die ganzen Kommentare, die aktualisieren jetzt auch gar nicht mehr, beziehungsweise zeigen gar nicht an. Da steht zwar nur alle Kommentare und dann steht da nur eine Zahl, aber nicht wirklich die ganzen Kommentare aufgelistet. Das ist dann immer so ein bisschen komisch. Und, naja, müssen wir mal schauen, was da jetzt so abgeht. Und, ja. Dann läuft das hoffentlich alles irgendwie bald mal wieder. Ich habe keine Ahnung, was da kaputt ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ganz schön komisch, weil die halt nicht richtig gezeigt sind. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas neu am Einführen sind oder keine Ahnung, was erst später erkennbar ist oder was auch immer die da machen. Auf jeden Fall ist es komisch. So. Ja, eigentlich müssen wir auch nicht tanken. Ich habe gerade kurz einmal vor der Aufnahme eigentlich, muss ich ja mal sagen, habe ich kurz mal die E-Mails aufgemacht, um zu gucken, was da drinne stand. Hatte dann ganz vergessen, ich sollte vielleicht aufnehmen. Aber da stand hier halt drinne, das mit der Bank, dass wir halt einen Kredit haben können, was ganz gut ist. Denn dann können wir die dann gleich mal irgendwann einen Kredit aufnehmen und dann uns bei Gelegenheit dann einen neuen LKW oder unseren ersten eigenen LKW holen in diesem Spielstand. Und ich habe auch immer noch den alten und vielleicht kriegen wir das ja mal irgendwie hin. Ich weiß nicht, vielleicht, dass wir mal nochmal einen Livestream oder sowas machen. Keine Ahnung. Mal schauen. Und wie ihr halt auch dazu Bock habt. Ende. Ich weiß nicht. Ich blijfe. Ich bitte. kurz gemütet so ich glaube jetzt wieder da sollte ich so so noch zehn stunden und dann sind wir am ziel so aber mal schauen wie weit wir haben wir dann jetzt schon zurückgelegt schon gutes stückchen eigentlich also wir sind jetzt keine ahnung hier auf dem stück auf der hälfte ungefähr und müssen denn die gibt es also gleich wieder bei unserem lieblingsort da fahre durch ha 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 so und dann sekunde mal mit flugzeug im ernst wir fliegen mit flugzeug das kann aber nicht sein wir fliegen doch nicht mit lkw und packen aber nicht das lkw in flugzeug allerdings die strecke ist auch ein bisschen lang und dann gucken wir mal wie das geht so ach ja ach ja ach ja ja es ist eigentlich ruhige folge gerade so ein bisschen genießen so die abendruhe da auch wenn hier gerade die sonne aufgeht oder so aber passt ach komm lkw fahr doch ey 90 riecht da keine 100 aufs tacho komm mal ein bisschen schneller voran hier in unsere long term strecke so jetzt fahren wir durch unseren ort durch durch den wir ja in der letzten folge glaube ich durchgefahren oder hingefahren sind eh vorletzten und dann sind wir eigentlich schon bald da was heißt bald wir haben noch knapp 1989 89 km vor uns aber das kriegen wir hin das ist ja auch geil gemacht oh so so ja 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 lkw kolonne drei lkws in einer reihe jeder verfrachte irgendwas anderes und ich weiß gar nicht was ich eigentlich was transportieren wir äh autoteile die guten autoteile die transportieren wir heute einfach mal so aha überholen wir einfach mal alle und dann kommen wir auch schneller ans ziel nicht wahr was habt ihr eigentlich oder was sagt ihr eigentlich zu meinem outro an der letzten folge ha ich fand das eigentlich ganz cool gelungen so aber ihr könnt ja mal schreiben was ihr dazu meint oder was du dazu meinst oder du oder eventuell ja auch du na das wär ja mal ganz cool zu wissen und dann haben wir ja auch ne geilo geile Stimme äh Stimmung wollte ich sagen Stimme Stimmung wie auch immer läuft so boah 6 Uhr 47 und hier haben wir das naja bisschen später la di da di du nur der Mann im Mond schaut zu so jetzt ist mir gerade der Kopfhörer rausgefallen glaube ich halbwegs rutscht er gerade raus das ist natürlich unforschend aber ich kann ihn dann noch wieder ah Sekunde ups wieder so ein bisschen rein drücken in die Ohrmuschel und dann kriege ich auch wieder ein bisschen Sound hier ist natürlich auch wichtig beim Spielen und weil Spiele ohne Sound ist natürlich kein Spiel das ist irgendwie sowas abgefertigtes und dann läuft das Ganze schon recht gut so 81 kmh 1914 Kilometer noch und 8 Stunden und 17 das haben wir noch auf dem Tacho und ähm ja das war es aber eigentlich schon wieder für diese Folge das heißt wir stellen uns hier mal wieder an den Straßenrand ran und dann geht es einfach in der in der morgigen Folge eigentlich schon wieder weiter und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen haut rein bis zur nächsten Folge Servus und Ciao Ciao und und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.